hallo und glück auf zu einem weiteren video hier von kriko oder christians kostbarkeit das thema heute ist etwas was nicht so richtig viel spaß macht jedenfalls den meisten ebay händler nicht es geht um den versand weil hier zum größten teil die meiste arbeit drin liegt die irgendwie auf die reihe kriegen müsst deshalb möchte ich bei diesem video mal beleuchten wo ihr überhaupt darauf achten müssen beim versand beim festlegen der versandkosten die in euren aktionen reinschreiben müsst und natürlich was ihr tun muss wenn ihr einen ich nenne mal so einen sonderversand habt weil man nicht überall für jede art und weise die entsprechende kartonagen zur verfügung hat wie gesagt das thema versandkosten ihr müsst jetzt am anfang eurer auktion festlegen wie viel dafür nehmen wollt wenn ihr irgendwelche artikel versenden wollt und dafür müsst ihr euch vorher gedanken machen was sowas ungefähr kosten kann natürlich müsst ihr schauen wie die allgemeinen preise von euren versendern die wir nutzen wollen ob das jetzt dhls hermes gls da gibt viele verschiedene und ihr könnt ihr gerne die firma aussuchen mit der am besten zusammenarbeitet am einfachsten durch irgendeine firma wo er tatsächlich mal dran vorbeikommt wenn er sowieso durch die gegend fahrt das heißt wenn ihr jedes mal einen riesen umweg fahren müsste um so einen ganz besonderen versender zu fahren dann spart ihr nicht viel sprit bzw ihr verliert zeit und das ist immer ganz schlecht weil zeit ist geld wie gesagt ihr müsst nur euren ebay kosten reitschreiben was die ganze sache zu kosten hat und dann heißt die ganze sache versandkosten es heißt nicht porto nicht das was er bei hermes abgeht oder bei dhl dhl möchte zum beispiel für ein paket oder für ein päckchen 4,49 euro haben wenn ich jetzt richtig informiert bin ihr könnt das selbstverständlich genauso reinschreiben aber eure versandkosten sind selbstverständlich höher die allererste sache ist wenn ihr 4,49 euro einschreibt ebay berechnet auch auf die versandkosten ebay gebühren das heißt ihr müsst um bummelig zehn prozent rechnen was ebay davon haben möchte das sind die ersten 45 cent sind damit schon mal weg selbstverständlich braucht ihr einen karton jetzt könnt ihr sagen ich habe noch was weiß ich paar alte kartons die ich normalerweise für sowas benutze aber irgendwann kommt ja ein punkt da müsst ihr diese kartons kaufen und je nach größe das geht vielleicht mit 20 25 cent los wenn aber 100 stück kauft könnt ihr natürlich auch bis zu einem euro und wenn es richtig große kartons sind natürlich auch noch viel mehr geld dafür ausgeben auch das sind natürlich versandkosten dann ja gut wir wollen nicht über klebeband reden und verpackungsmaterial oder so ein kram aber die fahrt zur post ist auf jeden fall ein zeitfaktor und auch ein benzinfaktor weil die kunden erwarten wenn ihr was verkauft dass es möglichst schnell natürlich auf die reise geht das heißt dass ihr manchmal auch für ein kleines päckchen wo ihr nur ein oder zwei euro daran verdient noch zur post fahren müsst das müsst ihr alles mit dem hinterkopf behalten es gibt auch immer wieder leute die schreiben euch an warum nehmt ihr 5 euro versandkosten für ein päckchen wenn es doch für 4 euro 49 zu versenden ist ja weil diese kosten einfach entstehen das sind eure versandkosten ein wichtiger punkt die nächste sache ist wir verpacken die sachen natürlich meist in kartons um es zu verschicken das gibt es zu einer bestimmten größe ganz gut da hat man auch mal kartons ich lasse mir auch immer von meinen ganzen bekannten und so weiter kartons noch mitgeben die sie irgendwie über haben aber irgendwann kommt man auch mal in größen da hat man einfach kein karton einfach so und man kauft ja nicht ständig fernseher und fernsehkartons sind aber auch noch ganz flach dass man solche riesigen kartons hat das bedeutet man muss sich einen entsprechenden karton basteln und das geht eigentlich ganz gut wenn man sich da ein bisschen mühe übergibt ich habe jetzt ein video von der eisenbahnanlage die ich jetzt letzte woche verkauft habe vielleicht habt ihr das video über die spur z anlage gesehen diese eisenbahnanlage muss jetzt natürlich versandt werden weil sie nach süddeutschland geht und da habe ich mein kleines video gemacht wie ich da zum beispiel so einen sonderkarton basteln diese schöne anlage ist nun verkauft ihr erinnert euch wenn ich die hier öffne das gute stück hat einen neuen besitzer gefunden und muss jetzt zu seinem neuen besitzer der wohnt in süddeutschland das heißt ich kann die anlage leider nicht vorbeibringen also müssen wir die ordentlich verpacken und jetzt will ich euch mal ein paar sachen zeigen worauf ich achte beziehungsweise überhaupt die ganze sache das wird jetzt eine sehr komplexe sache vom verpacken weil sie natürlich sehr groß ist und ich so ein pappkarton gar nicht habe der karton ist so 10 also die kiste ist ungefähr 1 meter 19 lang das heißt wenn ich es schaffe unter einem zentimeter hier an beiden seiten die verpackung zu machen können wir es gut schaffen dass wir bei 1,20 m bleiben und das ist bei DHL und bei verschiedenen anderen versendern eine größe die ich noch als normales paket schicken kann und das würde bedeuten dass sie in einem versandkosten sich dann auf ungefähr 10 euro belaufen würden wenn ich über zentimeter hinaus gehe und die sind normalerweise das schon kleinlich muss ich auf jeden fall 20 euro sperrgut zuschlag bezahlen also werde ich jetzt versuchen die ganze anlage so kompakt einzupacken dass das funktioniert für die option habe ich das natürlich eingepreist dass es eventuell nicht klappen könnte dementsprechend habe ich natürlich die versandkosten angepasst weil da kann man sich nicht darauf verlassen und ihr könnt natürlich nicht die sachen verpacken und ständig bei den versandkosten drauf legen also das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren ob wir das hinbekommen dass die maße danach noch stimmen hier endet das video mit dem versandkosten ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen und wie immer dann liked es bitte und noch schöner wäre wenn ihr meinen kanal abonniert und nächste woche versuche ich auch mal wieder ein video zu machen da soll es dann um die sammlung zu machen reise gehen das meines achtens auch ein interessantes thema ist also dann bis nächste woche und ich hoffe ihr verpasst